Und herzlich willkommen hier zurück bei Orxmaster 2. Let's play together mit Kleinliss und Scarlet Annie. Jetzt musst du die ganze Zeit von dir in der dritten Person sprechen. Worum in der dritten? Weiß ich nicht. Darum. Aber das Problem ist auch, dass ich immer sehr oft mit mir selbst rede. Egal, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Klemme und ja. Wir sind immer in der Klemme. Ja. Äh, was ist der hier? Ich könnte überlegen, welcher das hier ist. Das ist das Portal. Führt mich das dahin? Bup. Oh, Kacke. Ich laufe hier erstmal eine Runde. Ich muss mich erstmal... Wir haben gerade voll mies den Zauberer ignoriert. Ich finde das gerade überhaupt nicht nett. Der alte Mann. Komm. Okay, hier kann man ganz oben stehen. Da ist ein Tor. Oh, Zauberbuch öffnen. Ich hab dran gedacht. Ja. So, was mach ich denn weg? Ich glaub, die komischen Fallen an der Decke, die du auch benutzt, die kann ich wegpacken eigentlich. Die benutzt. Hier darf ich nicht runter. Und statt Eis soll ich Feuer nehmen? Ich weiß es nicht. Hat deine Waffe eigentlich Feuer? Nein. Nein. Ich hab einen Steinstab. Hm, na gut. Stein ist auch gut. Ich muss kurz gucken. Die kommen jetzt hier oben her. Wäre halt praktisch, wenn wir... Ähm... Weißt du, wenn wir für die Eis- und Feuerober jeweils was hätten? Ähm, ja. Jedenfalls, ich bin jetzt hier beim Tor und werd jetzt das hier als mein Territorium betrachten. Und... Wie ist denn das andere? Das kommt ja dann noch später nochmal eins weiter dazu. Also, denke ich, ist das bestimmt okay. Ich muss jetzt erstmal meine Waffen hier wieder zusammenlegen. Ich hab natürlich wenig ins Zauberbuch geguckt, um euch die Wunderschön-Gegner zu zeigen. Deswegen guck ich... Ach du Scheiße. Hier gibt's alles. Ja, Flieger gibt's und... Und ich hab neuerdings Frostfledermäuse dabei. Die spucken Eis. Und weichten Bodenfallen aus. Super. Interessant. Ja, wir essen ja auch Flieger. Also, das ist dann nicht verwunderlich. Ist das hier grad ultra spannend, was ich mache? Nicht? Hallo? Gott sei Dank. Dummy. Danke. Ich hab hier nur drei Pfeiler anwenden und einmal was für die Flieger hingepackt. Und sparen wir den Rest noch ein bisschen auf. Oder du baust da hinten auf. Genau, denk dran oben. Oh Gott, ich muss mich immer noch orientieren. Hier ist ein Tor. Und unten, oder? Du siehst ja die blaue Linie, die da unten auf dem Boden lang geht. Verfolge erstmal die und dann kommst du erstmal in so einen langen Korridor. Und am Ende des Korridors hast du oben dieses Fenster und darunter ist eine Waffe. Ja, ich will mich... Und da kommen die Flieger erstmal her. Ja, ich will erstmal gucken, wo überhaupt überall Gegner herkommen deswegen. Ach, die haben ja einen richtig weiten Weg. Ja, und das Problem ist, die haben ja zwei Tore. Die haben noch eins nochmal näher dran. Wenn du da auf der Karte siehst, rechts und links, jeweils im Osten und im Westen, haben die noch ein Tor. Süß, du hast... Ach, scheiße. Das ist direkt vor dem Portal. Oh. Und da haben sie einen... Ach, du Scheiße. Und bei dir kommen die jetzt da oben, ne? Ja. Am Arsch der Welt auch wieder. Das heißt... Ähm... Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich hab keine Ahnung, ob ich jetzt... Ich stell jetzt einfach hier ein bisschen was hin. Ja, das find ich sehr gut. Ich seh auch grad da kaum gleich weiße Punkte überall auf die Liste. Ach, das ist so schön, sowas zu sehen. Äh... Ich muss mir erstmal... Ich hab meine Waffen anders belegt. Das war ne ganz dumme Idee. Ah, denk dran, dass dann vermutlich in dem unteren Korridor bei dir, als nächstes was kommt. Ich bin gespringt. Oh Gott, das ist wie über ein Dummy davor. Und meinst du vom Flieger raus? Ähm... In dem ganz langen Korridor. Da, wo die bei dir dann durchbrechen im Prinzip. Ähm... Da, wo ich jetzt stehe. In dem... Direkt da, wo an meiner Ecke steht. Dann kommen die auch auf der anderen Seite gegenüberliegend raus. Okay. Das ist nur die Frage, wo die lang fliegen. Ja gut, ähm... Ja, die fliegen, glaub ich, bis komplett nach Ende des Ganges und dann fliegen die hinten da durch. Durchs Fenster. Durchs Letzte. Also, sprich, durch das wirklich Tor, was da ist. Okay. Oder... Glaub ich zumindest. Ich weiß es nicht. Was auch immer du meinst. Dass die hier drüber fliegen. Glaub ich. Mhm. Hoffentlich jetzt halt noch nicht. Na, na, na. Na, na. Ich bleib jetzt einfach mal hier oben. Ich fühl mich voll cool hier. So. Gut dann. Ah! Okay, vergiss es. Was war los jetzt? Ah, die Arbeit. Bist runtergefallen oder was? Hallo. Ja. Ich bleib jetzt hier oben. Ah! Verdammt. Ich bleib jetzt in der Nachthalle. Wirklich? Wir sind wieder gewonnen. Diese epische Musik eigentlich hier dann die ganze Zeit wieder gut läuft. Ich weiß nicht, ich vernehm das vom Teil noch. Ich bleib jetzt nicht gerecht. Ich weiss nicht, wir betönen das auch total mit unseren ganzen Geräuschen und den Kriegesschreien und so, aber ich glaube die Musik ist echt besser als das, was wir hier erzählen. Ach Quatsch. Ich finde unser Let's Play Together ist schon, also ist schon. Hätte man dich besser machen können, ja? Genau. Ich muss schon sagen. Ah doch, meine... War da gerade ein Feuerooger und der ist jetzt einfach weg? Nein. Hast du das richtig gesehen? Nein. Ist das ein normaler? Echt? Ich glaube, er ist ins Feuer gefallen. So, so feurig auch. Oh, hi. Stirb, toll. Ah! Was für ein Spaß. Ach, das ist so gut. Genau. Nee, genau auf der anderen Seite ist die jetzt an. Ja. Ich glaub mal. Ich leg hier noch ein paar Feiern hin und komme dann auch gleich zu mir. Scheiße! Ich weiß nicht, inwiefern es bei mir noch nicht ankommen werden. Ich weiß, dass sie in der Südhalle sind. Ja, so ein übel langen Weg kann man ja vollend... Oh, hier sind sie schon. Denk dann, du hast da hinten oben eine Falle. Achso, die kommt mich ja gerade hier umrollen. Okay, alles gut. Die ist ja ehemlich von mir. Ja, äh, die habe ich gerade aktiviert. Die habe mich verletzt. Die ist schon okay, wir haben gerade vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob sie mich wirklich kriegen kann. Ja, aber ich hätte es jetzt aktivieren sollen, dass sie... Das war irgendwie so ein Los. Bist du in Panik ausgefunden? Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja, ich habe nur gesehen, da oben ist eine Falle. Alle kommen auf mich zu. Jetzt aktivieren. Ich glaube, ich habe nicht mal einen getroffen damit. Aber die setzen sich ja irgendwann zurück, ne? Äh, ja, irgendwann. Also, ich bin der Meinung, ich sollte erst mal ein bisschen Zauber sparen. Und dann meinen Knochen-Gohle fliegen. Mann! Ich bin so blöd zum Zielen. Es ist unglaublich, wie gut, dass ich sie hier eingesteinert habe. Wuuuuh! Ding, 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 ding! Achso, mein Gott, stimmt. Der ist richtig cool. Ich mag ihn. Kann man den auch zerschießen? Oh, scheiße, man kann ihn auch treffen. Ich habe mir das schon irgendwie gedacht. Obwohl, jetzt hast du ihn ja nicht mal steinert. Aber halt, dass die Gegner ihn ja treffen können. Deswegen hat er halt eine Lebensanzeige, würde ich aber noch nicht. Ja, doch. Ja. Man kann ihn auch treffen. Das ist das Problem, oder? Ja. Das ist ein bisschen wof. Es ist schade, dass er nicht nur wenigstens eine Münze droppt oder so. Hat er das nicht auch? Nee, das war der andere. Schade. Ich glaube, dass ich mir eine genommen habe. Ich bin wieder auf der anderen Seite. Wannst du rüber? Ja, natürlich. Huh! Er ist mal fast runtergerannt. Moment, ah, das ist mal die falsche Richtung. Ich drehe gleich durch. Ich glaube, die kommen erst mal nur bei mir hier. Nee. Jetzt kommen sie auch bei mir, deswegen bleib ich hier. Oh, sie kommen bei mir, deswegen bleib ich hier. Ha, ha, ha. Geile Sache. Wie lange braucht die Falle eigentlich, um sich zurückzusetzen. Ich glaube, fast. Oh nein, er hat mich betäubt, dieser Bastard. Oh ja, das ist so umsinn. Oh, Mann. Vielleicht ist er mal getroffen oder so. Oh ja, jetzt sehe ich, wo die Flieger herkommen nachher. Oh, Gott sei Dank, er ist tot. Ich dachte schon, ich muss mir die Hosen machen. Oh. Das wird kein bisschen wehtun. Ach, das war die explodierende Knochen-Dingens. Das ist ja sinnlos. Äh, ich habe übrigens gerade einen Feueroger bei mir. Aha, ich... Oh, der hat mich gerade voll lärmisch. Scheiße. Ich habe zwei normale, die reichen mir auch. Und einen Erddingens. Scheiße, und ich habe keinen Zauber, um ihn von meinem süßen, kleinen Dummy abzulenken. Ich habe hier Spaß. Ich auch, ich auch. Ich habe hier ganz viel Spaß. Und hier haben Feueroger. Was ist das nicht schön? Und ich habe keine Zauber mehr. Das ist noch viel schöner. Scheiße, scheiße, scheiße. Du schaust da schon. Ich vertraue ganz auf dich. Mhm. Schön, dass du das tust. Ich nehme dich nicht. Ich bin auch gleich beim Tor. Komm schon, zenn ich die hin. Oh. Gut gemacht. Nee, Ani, gerade zu spät. Und jetzt kommen sie aus den anderen Toren. Oh, ist das nicht schön. Herrlich. Nicht. Ah, da kommen auch Kleine, die rennen. Das weiß ich noch. Mhm. Wir sind dann richtig am Arsch. Wie beruhigend. Wirklich, sehr beruhigend. Äh, genau. So, ich packe hier zwei Teerfeilen hin und eine an der Wand. Und dann auf der anderen Seite nochmal schnell. So, den Rest hebe ich mir für da hinten auf. Ach ja, das wird schön. So. Hier habe ich schon. Oh, hier hast du ja schon ganz gut was. Das sollte sie langsam machen. Puh. Na gut. Da hat mich gleich direkt am Anfang halt ein bisschen was hin platziert. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass du gleich so viel einen ganzen Dummy, zwei Säure fällen hast. Das ist ja wie im Himmel hier. Ja, siehste mal. Habe das vorausgesehen. Ja, ich sehe auch voraus, dass wir in der nächsten Runde ein bisschen was einstecken müssen. Na gut. Ich möchte mehr. Scheiße. Ja, sollen sie kommen und mich töten. Ich komme erst von dir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu dir kommen soll. Bitte, es sind zwei Frost-Ogre. Oh Gott, ich komme. Oh Gott, der eine ist gleich weg, der eine ist gleich weg. Yes. Ah, und dann bin ich irritiert. Dann hat sie ihn verwandelt. Und dort gleichzeitig auch. Das ist sehr schön. Oh nein. Aber er haut trotzdem auf den Scheißdummy. Das Gefühl. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon. Ja, komm schon. Stirb. Oh, kann der mal langsam... Hallo? Okay, ich gehe rüber. Sehr gut. Geht jetzt bestimmt auch gleich die Party so richtig ab. Mit... ...feuerobern. Und hast du die hier sehen. Oder auch nicht. Noch nicht. Naja, aber jetzt werden sie bei mir erstmal nicht kommen. Dann werden wir ein paar Fallen investiert. Oh, das ist schön. Sag mal, könnt ihr euch mal um den Dummy kümmern? Oh, nee, gehen wir auf die andere Seite. Nein. Die andere Seite. Doch. Ach, die haben da nichts, was ihr auffällt. Außer ein bisschen teer. Was ihr langsamer macht. Du, ich bin... Ach, ein Frost-Oger. Ach, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Wird gleich wieder zwei davon. Ach, ich komme gleich wieder. Kacke, der eine wandelt weiter. Direkt um mich drum rum. Ach, sein Bastard. Scheiße, keine Zauber, keine Zauber. Mein Gott, der hat mich erwischt. Oh, was? Nein. Ich bin gleich da. Oh Gott, ich will nur noch nicht drauf. Ich muss irgendwie hinter mir stehen. Scheiße. Oh Gott. Ich weiß, dass ich muss, was passieren können. Gut gemacht. Ja, gerne doch. Hallo? Knochen-Oger? Machst du mal was? Ich glaube, der kann mich nicht leiden. Ja, aber auch. Au. Ganz genau. Oh. Ich mag meinen Knochen-Oger, auch wenn er relativ sinnlos ist. Habe ich so das Gefühl. Bereit, zählen, Feuer! Wir sind so am Arsch. Am Arsch. Oh yeah. Habe ich ihn getroffen? Ja. Astrid. Oh Gott. Was kommt denn da? Wir sind da, 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 wir sind da. Oh Gott, was kommt von Astrid? Das Problem ist, dass die Flieger mehr sind. Da kommen Flieger. Flieger, in der Luft. Und die Kleinen. Pick dich, pick dich kleiner. Oh fuck. Die Großen brechen gleich in der Mitte durch bei mir. Ja, ich sehe. Die Erdinventare. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich glaube, das wird nicht so. Ich bin zu blöd, die zu treffen auch noch. Das kommt auch noch hinzu. Ich glaube, das wird jetzt so die Stelle sein, wo wir uns sagen, wir spielen auch leicht. Nein, wo wir es einfach nochmal machen müssen. Wir sind ja jetzt hier. Ich treffe mich nicht. Ich bin zu weit unten. Oh scheiße, das haben wir jetzt noch nicht alles durchgebracht. Oh, es passt nur noch 17 rein in das Portal, dann ist es voll. 17 können wir uns noch gönnen, super. Oh scheiße, wie viel war das, 40? Äh, ja, bestimmt. Oh fuck, ey. Also auf jeden Fall erstmal ganz viele Deckenfallen investieren. Ich hoffe, wir haben jetzt danach eine Pause. Wir sind gerade mal bei 5 von 12, ne? Na, ich glaube, dass wir keine Pause haben werden. Fuck, ey. Warst du das so? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Ich habe Geld für zwei Deckenfallen gehabt, das war's. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Ich auch nicht. Bei mir kommen Kleine, bei dir auch. Äh, ne noch. Oh ne, ist ein Knolljäger. Viel besser. Ja, die guten Kleinen hier. Kleine wären mir lieber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem kein Geld für irgendwelche Sachen. Das ist schon recht bitter. Sie gucken bei dir vorne. Nein. Oh. Please kill them with fire. Ne, ist das bei dir? Ach du scheiße. Ich gehe vorhin rüber, ist okay, ist okay, ist okay. Ich mache, ich mache. Bleib da, bleib da, bleib da. Nein, 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 warum fliehst du da? Wir lassen dieses Spiel gewinnen. Sie rennen eh gerade alle durch. Das sind du schon, euer Jäger. Alles gut. Oh, jetzt kommen sie aber auch bei dir. Geh mal. Oder so. Ne. Alles gut. Alles gut, wir schaffen das. Achso, du bist schon drüben. Ja, klar. Ja, im Portal da. Stimmt. Da haben wir's. Ah, die brechen bei mir gleich auch an den Seitenleuchten, das ist auch alles ein bisschen blöd hier. Mhm. Ich komme gleich rüber, bei mir ist nicht mehr viel. Scheiße. Haben wir jetzt Flieger? Ne, ne? Ne, ne, aber ne Knolljäger halt. Das ist mein größtes Problem. Alles gut, ist alles gut. Alles gut. Okay, wir haben keinen durchgelassen. Soll ich bei dir mal ein paar Deckenfallen hinbauen? So einen kleinen Dreher? Für die Kleinen? Achso, für die Kleinen oder für die Flieger? Die Flieger meine ich. Ne, ich hab Säurefallen oben hin gebaut. Na gut, wenn dir das reicht, dann nehme ich das so hin. So, überall meine Dummies hin. Ich hab gehört, du kümmerst dich auch um diese eine Seitengasse. Welche? Ja, hä, wie jetzt? Ja, diese Westhalle halt. Ja, mach ich. Also die untere Dingens da, ne? Die rechte. Hä? Die östliche? Oh Gott, die östliche. Scheiße, tut mir leid. Ich bin ja in der Westhalle gerade. Ja, das darf ich nur nicht verpeilen. Ich überlieg nur gerade, wo ich irgendwie mal vielleicht schlau eine Falle entstellen kann. Scheiße, hab ich viel Money, seh ich gerade. Was aber auch gut ist. Was wir aber auch brauchen. Oh, nee. Weil ich hab jetzt schon wieder nichts mehr. Äh, das ist ungünstig. Ich hab jetzt auch noch ein bisschen was hingebaut. Naja. Wir werden sehen, wie wir sterben. Aber mittlerweile sind wir ja schon bei, von, haben wir ja schon sieben Runden geschafft. Sind noch nicht tot. Noch nicht. Du sagst es. Noch. Mies sind halt nur diese richtig fetten Oger und so. Wir haben halt nichts, was so für Damage macht. Oh fuck. Oh Gott. Diese Ungewissheit, was jetzt wirklich direkt jetzt in der, was jetzt hier kommt, bei, es kommen gerade Flieger und Kleine. Das kommt vor allem. Ja. Die sind ja auch voll schnell weg. Ich weiß nicht, soll ich wirklich gehen? Na gut. Sie sind in der Südhalle! Die Flieger gehen eigentlich voll. Braucht ja nur in eine, an eine Stelle schießen und die fliegen dann ja alle rein. Eins, zwei, fünf. Nur wenn dann so ein fetter Oger kommt. Oder gleich drei. Ja, dann wird es schon kriminell sein. Oh, kacke, da hinten kommt in der Westen-Osthalle jemand durch. Ich weiß nicht, wer das ist. Nee. Ja, doch. Oh, das ist nur ein Troll. Ist alles gut. Ach so, die durchgekommen? Nee, das ist irgendwie nicht. Durchgekommen ist keiner. Ich bin gerade total irritiert. Stirb. Yes. So. Bei mir ist alles gut. Ah, kacke, ich habe mich gerade kleiner. Probleme. Ich hoffe, es sind auch kleine. Ja, es sind kleine. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es sind wieder Knolljäger. Das wäre schon fatal gewesen. Dann kamen die Trolle. Und Oger. Ach, jetzt reg dich mal nicht auf hier. Oh, hier ist da noch einer. Ups. Ich habe mich leider übersehen. Tut leid. Ey, renner nicht weg. Wovor flüchtest du denn? Fack, 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 fack. Schnell, 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 schnell. Ja. Ach. Wie sieht es aus bei dir? Alles schick? Mhm. Ich bin gleich da. Bestimmt muss hier eigentlich gar nicht mehr kommen. Das geht eigentlich. Ach, ja, doch. Der Teufel sauert sonst ewig. Ja, danke. So liebe ich das. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Oh Gott, nicht mal eine Pause. Kommt schon. Nope. Ich mag das hier. Nope. Irgendwie symmetrisch hinbekommen. Sehr schön. Ich höre aus fliegen, glaube ich. Jo. Hörst du richtig. Ne, irgendwie doch nicht. Aber ich habe so komische Geräusche gehört. Kack, jetzt kommen die bei mir da gerade. Ah. Scheiß Dummy. Nein. So viele bei meiner Westhalle. Ich bin nicht da. Zielen und schießen. Habe ich jemanden getroffen? Ich glaube nicht. Schade. Ich komme mal mit zu dir rüber. Oder ich schieße mal hier auf. Äh, bei dir kommen da gerade kleine, glaube ich, ganz viele Renner. Ach so. Na, gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht sehr viel aus. Jetzt kommen sie da auf der Seite auf. Oh, Kacke. Gar keine Renner. Obwohl sie so schnell aussahen. Okay, ich mach da mal hier. Da kümmern sich meine Dummies drum. Hoffe ich. Diese ganzen Kackviecher, ey. Heiltrank. Gelobet sei der Heiltrank. Eben, schon Musik hier wieder, ne? Oh, 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 oh. Moment. Oh mein Gott, ich hab Flieger durchgelassen. Nein. Nein. Jetzt bin ich irritiert und, 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 und. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Sorry. Why? Why? Aber jetzt haben wir in der Errungenschaft voll geschalten. Ah, Gott, dammit. Weil wir mehr als tausend Flieger durchgelassen haben. Nein, alles. Gewiss. In der Luft. Wo auch sonst. Oh, fuck, ich, äh, ja. Nein, 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 nein! Anni, bei dir sind auch Flieger. Bei mir sind auch Erdelementare. Flieger! Wichtiger! Ah, ich kann nicht mehr! Nein! Scheiße! Total auf den Sack. Da rennt ich ganz klein rein. Ich würd sagen, das ist echt ein bisschen viel, wenn ich auch grad auf so Karte gucke, so sehe, was da so alles rot ist. Mir wird gerade angeboten, dass wir es auf Lehrling spielen. Dann würd ich sagen, machen wir das auch aber erst in der nächsten Folge, weil das soll gleich schon genug für einmal traurig sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Dann wär was zum Wein und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao!